In diesem Video erkläre ich dir, wie du bei einer geometrisch fortschreitenden Rente die Rente bzw. die Rate ganz einfach mit Hilfe des Endwertes berechnest anhand eines Beispiels. Moin Moin zusammen! Wieder einen geilen Berg zu beklemmen. Wanderschuhe an und go! Wir haben eine geometrisch fortschreitende Rente hier. Was eine geometrisch fortschreitende Rente ist, habe ich ein Video dazu, unten in der Beschreibung. Auch Rentenrechnung unten in der Beschreibung. Unterschied nachschlüssig, vorschlüssig unten in der Beschreibung reinziehen. Falls du das Ganze auf unterjährig umrechnen möchtest, auch unten in der Beschreibung. Du merkst, du findest vieles unten in der Beschreibung. Viel Spaß, ich find's geil. Also, und das ist wie folgt, dass wir jährlich einen Cashflow, eine Rente, eine Rate haben. Und die wird eben um einen gewissen Faktor, um einen Anstiegsfaktor, nenne ich es jetzt liebevoll, erhöht. Also prozentual steigt diese Rente jedes Jahr um irgendeinen Betrag. Und diesen Cashflow, darum geht's hier. Dieses R, den ersten davon, möchte ich gerade berechnen. Und ich habe den Endwert gegeben. Den Wert in der Zukunft. Kommen wir zuallererst mal zu der Formel an sich. Das ist sie. R, eben die Rente, beziehungsweise die Rate, ist gleich Rn. Und Rn repräsentiert den Endwert, das Endkapital, das Geld in der Zukunft. Wie viel Geld habe ich nach einem gewissen Zeitraum am Ende der Laufzeit auf meinem Bankkonto, wenn ich jedes Jahr da Geld drauf einzahle? Das ist dieser Endwert in der Zukunft. Mal, Hochstrich, Q. Und Q ist dieser charmante Zinsfaktor. Und dieser charmante Zinsfaktor, der so gut bei den Ladies ankommt, ist 1 plus I. Und I ist der Zinssatz. Das bedeutet, mein Zinssatz, zu dem das Ganze jährlich verzinst wird. Beispiel auf meiner Bank, wenn ich eben dieses Geld einzahle. Und dadurch rechne ich 1 plus I. Und schon habe ich diesen Zinsfaktor und muss nicht immer 1 plus I schreiben, sondern kann halt direkt diesen Zinsfaktor mit 1 Komma reinballern. Siehst du aber gleich. Minus G. Und wegen diesem Bad Boy sind wir zum Lehrerelternsprechabend gegangen, weil der Schlinge hat was gemacht. Und zwar handelt es sich hier um dieses geometrisch fortschaltende Rentensystem. Weil dadurch entsteht dieser Anstiegsfaktor, dass eben meine Rente jährlich ansteigt. Mach dir aber gleich vor. Klammer zu, geteilt durch Q hoch M. Zinsfaktor, alles klar, aber hoch M sind die Jahre. In manchen Büchern, weil wir auch hier jährlich sind, Anzahl der Ratenzahlungen. Weil es dasselbe ist. Ob ich jährlich zahle, 20 Jahre lang, dann habe ich 20 mal eingezahlt zum Beispiel. Minus G hoch N. Gut, Ani. Lang gebrubbelt. Jetzt geben wir Vollgas. Also, R ist gleich. Die Übungsaufgabe dazu baller ich dir jetzt kurz rein. Geil. R N, mein Endwert, 20.000 Euro. Und ihr seht hier, natürlich in den Büchern steht R N, weil die wissen ja nicht, wie viele Jahre ihr habt. Aber wir haben doch hier 20 Jahre und darum ist es R N dasselbe wie R 20. Mal, Bruchstrich, Klammer auf. Q. Und Q müssen wir jetzt erst kurz berechnen. Q ist 1 plus den Zinssatz. Habe ich 3%. Also in Dezimalzahlen 0,03. Komme ich auf ein Q von 1,03. Sehr schön. Und nun muss ich halt nicht immer 1 plus i schreiben, den Blödsinn. Sonst schreibe ich immer gleich das hin und spare mir eben diesen Platz. Das Ganze minus G. Und G habe ich dir jetzt seit hier schon charmant, wie ich bin, angegeben. 1,05. Merkst du einfach so. Diesen prozentoreinen Ansatz und was das jährlich steigt. 12% zum Beispiel. Oder in dem Fall hier 5%. Musst du immer erst noch mit 1 plus rechnen. Und dann hast du diesen Anstiegsfaktor. In dem Fall sind es ja 0,05 bei 5%. Und dadurch kam ich eben auf dieses G von 1,05 und kann das immer stattdessen reinballern. So. Geht halt durch. Brauchst du ein bisschen länger machen. Q hoch N 1,03. Das Ganze für 20 Jahre. Minus G hoch N 1,05. Auch wieder 20 Jahre. Und schon kriege ich ein R von 472,15 Euro. Diese Rate bzw. Rente müsst ihr jährlich einzahlen am Anfang. Dann wird die natürlich erhöht um den Anstiegsfaktor. Aber grundsätzlich müsst ihr einzahlen auf euer Bankkonto. Damit ihr nach 20 Jahren bei 3% Zinsung und einem Anstiegsfaktor von dieser Rente hier von 5%. Dann habt ihr nach 20 Jahren diese 20.000 Euro auf dem Konto und könnt die ordentlich auf den Topf hauen. Ich habe dir hier noch eine kleine süße Übungsaufgabe, mit der du mal auf ein Date gehen kannst. Probier sie aus. Nach 10 Jahren wollen wir 80.000, 7,5% Zinsen kriegen wir. Geiler Mist. Und das Ganze machen wir 10 Jahre. Anstiegs sind 3%. Probier es aus. Üben macht hübsch. Vertraue mir. Lösung kommt jetzt. Du solltest auf ein Ergebnis von 502,01 Euro gerundet kommen. Geil. Macht Spaß, oder? Gut. Grundsätzlich zu beachten, geometrisch fortschreitende Rente. Alles klar. Unsere Rente bzw. Rate wird um einen gewissen Prozentsatz jedes Jahr stetig erhöht. Kontinuierlich um diesen Prozentsatz. Ich muss Q und G ausrechnen. Wichtig, wenn es Zinssätze sind, Dezimalzahlen verwenden und eben diesen Zinsfaktor bzw. Anstiegsfaktor mitteln. Dann charmant in diese Formel reinballern und ausrechnen, Spaß haben. Gut. Falls du es jetzt verstanden hast, würde mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Abo ist ein kleiner Klick und unterstützt mich riesig. Und ansonsten sind wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.